Dr. Robert Morse und Dr. Duff Graham sind zwei amerikanische Naturheilkundler, die fast seit 40 Jahren praktizieren und über 100.000 Menschen von jeder vorstellbaren Krankheit geheilt haben, einfache Entgiftungsmethoden und eine rohe pflanzliche Kost verwendend. Ob es Diabetes, Pilzbefall, Nierensteine, Fasermuskelschmerz, Lupus, Leimborreliose, chronische Müdigkeit, Autismus, Multiple Sklerose, Parkinson-Krankheit, Schlaflosigkeit, Herzbeschwerden oder Krebs ist, egal welche Erkrankung, sie sind davon überzeugt, dass der menschliche Körper die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu regenerieren und zu heilen. Wenn man den menschlichen Körper durch Fasten, Reinigung, Entgiftung und roher pflanzlicher Kost die Möglichkeit gibt, dann kann und wird er sich auf zellulärer Ebene regenerieren und erneuern. Die meisten Menschen jedoch essen drei saure Mahlzeiten jeden Tag und haben noch nie in ihrem Leben gefastet oder entgiftet. Dies ist vergleichbar damit, jahrelang rund um die Uhr eine komplizierte Maschine laufen zu lassen und zu erwarten, dass sie nie kaputt geht. Über die Zeit verstopfen allerdings die Rohre, Ablagerungen sammeln sich, sie nutzt sich ab, fordert ihren Tribut und letztendlich überhitzt und versagt die Maschine. Erst dann kommen Mechaniker, reparieren die Rohre, entfernen die überschüssigen Ablagerungen und bringen den angerichteten Schaden in Ordnung. Es ist genau dasselbe mit unserem menschlichen Körper und unsere Mechaniker, selbst generierende Zellen und Gewebe, können die Maschine nur reinigen und reparieren, wenn sie abgeschaltet ist. Das Fasten gibt unseren inneren Organen die benötigte Auszeit, um den Schaden der Überbeanspruchung in Ordnung zu bringen. Nach Fasten und Entgiftung ist der Wiederaufbau mit basischem pflanzlichen Essen der richtige Weg. Die Natur hat für uns rohes Essen vorgesehen. Alle anderen Tiere essen ihre Nahrung roh. Warum sollte die Natur für uns eine Ausnahme machen? Gekochtes Essen vernichtet 95% der Nährstoffe und Enzyme, während krebserregende freie Radikale freigesetzt werden. In anderen Worten, kochen entzieht die Nährstoffe und ersetzt sie mit Gift. Es ist wirklich so einfach, aber wir möchten es nicht wahrhaben. Mit den restlichen 5% der Enzyme können wir unser Essen nicht ordentlich aufnehmen und verwerten und mit den übrig gebliebenen 5% der Nährstoffe gibt es sowieso nicht viel zu verwerten. Wenn man damit aufhört, sein Essen zu kochen und damit beginnt, sich von rohen Früchten, Gemüse, Nüssen, Samen und Sprossen zu ernähren, dann weckt man die Lebensgeister. Deine Geschmacksnerven fangen an, sich zu verändern und man wird nur noch Appetit auf nahrhaftes, rohes, vegetarisches Essen haben und nicht auf verarbeitetes, gekochtes Essen oder Junkfood. Deine Energie und deine Kraft, die werden sich steigern, dein Gedächtnis und deine Konzentration verbessern sich, du wirst weniger Schlaf brauchen, dein Aussehen wird sich verschönern, du wirst dich auf dein passendes Gewicht zubewegen, du wirst deine erkrankten Zellen innen und außen regenerieren, du wirst länger leben und dich ohne Anstrengung insgesamt glücklicher und zufriedener fühlen. Was Schulmediziner als Krankheit ansehen, bezeichnet Dr. Mors zutreffender als Heilungskrise. Das schulmedizinische System fasst bloß ein paar Symptome zusammen, gibt ihnen, beruhend auf der betroffenen Körperstelle, einen Namen und verschreibt dir dann überflüssige Pillen, Impfungen, Bestrahlungen und Operationen, welche letztlich mehr Schaden als nützen. Dr. Mors behauptet in seinem Buch Illusion der Krankheit, dass all diese verschiedenen medizinischen Diagnosen Fehlbezeichnungen sind, welche die Sache komplizieren und die Patienten entmachten. Ärzte geben dem jeweiligen Symptom einen Namen, welches dann auftritt, wenn Säuren die Körperzellen angreifen oder eine Entzündungsreaktion hervorrufen und ein Symptom ist dann festgestellt. Was einfach nur ist, Lokalisierung, Lokalisierung, Lokalisierung. Die Körperstelle ist gleich der Name des Symptoms. Die verbreitete Vorstellung von Krankheit ist lächerlich. Sie wird von den Pharmakonzernen gefördert. Die Vorstellung wurde vom medizinischen Bereich verbreitet, um der Allgemeinheit ein Mysterium vorzumachen. Sie wollen die Menschen durch Angst kontrollieren, durch das Rätsel von Symptomen, die von einer Außenwelt in sie eindringen. Sie stellen sich selbst mit ihren seltsamen chemischen Wundermitteln von Medikamenten, Chemotherapien, Bestrahlungen und radikalen Operationen als die potenziellen Lebensretter dar. Das Ego, kapitalistisches und totalitäres Bewusstsein haben ein System geschaffen, welches nichts heilen kann, sondern im Gegenteil so viele Menschen wie noch nie zuvor verletzt und tötet. Es ist statistisch und tatsächlich die größte Tötungsmaschine von Menschen, die es je gegeben hat, einschließlich sämtlicher Kriege zusammengerechnet. Dr. Robert Moore sagte, Der Begriff Infektion ist schlicht eine Ansammlung von Abwässern im Körper, verursacht von der Bakterie, die versucht, bei dem Abbau der Abwässer zu helfen. So dumm ist der Mensch geworden. Wegen dieser Dummheit quälen und vergiften wir unsere Körper mit Medikamenten. Die Nebenwirkungen von pharmazeutischen Drogen sind gewöhnlich viel schlimmer als die ursprünglichen Beschwerden. Zusätzlich vermindern sie unsere Leber- und Nierenfunktionen. Die Verwendung von Antibiotika ist eine andere Tötungsmaschine. Sie hat Tausende umgebracht und Millionen Menschen geschädigt. Antibiotika schädigt das Immun-Lymph-Gefäß-System des Körpers bis zu dem Punkt, an dem es so schwach ist, dass die Erbanlagen des Menschen auf eine chronische und entartete Ebene absinken. Der Mensch ist in so ernsthaften gesundheitlichen Schwierigkeiten, dass kein Behandlungssystem an das Problem herankommt. Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende